Let's go, BMS oder BMS. Ich möchte bitte als Zweiter anfangen. Ah, Golden Second ist eigentlich so dumm online, aber hey, fuck it. Okay, let's go. Oh, das Spielkraftverstern haben ist geil. Checkt der Gegner, dass er zuerst dran ist oder nicht? Ja, checkt der. Oh nein, verdeckte Karte zuerst ist immer so ein Exodia-Anzeichen, Alter. Zwei Karten verdeckt, alles klar, krasser Dude. Es ist normal, es ist ein normaler Krieger, ich glaube wir haben einen richtigen Noob bekommen, Alter. Okay. Wir aktivieren Empore-Kämmer-Göbling, aber ein Noob hat so Spiegelkraft und so im Deck, da müssen wir aufpassen. Dann setzen wir eine Karte verdeckt, dann aktivieren wir seinen Effekt, schmeißen Jetson Synchron weg, holen uns einen Gerümpel-Synchronisierer. Zack. Wir schwören Normal Synchro-Träger. Special Summon-In. Wir probieren seinen Effekt, holen uns ihn. Dann holen wir uns Rasa. Zack. Dann aktivieren wir seinen Effekt. Seinen Effekt auch. Und seinen Effekt auch. Zack. Den Boy und den Boy. So, ist der Stufe 2, oder? Dann specialen wir. Ähm. Wir müssen auf ihn gehen gerade. Wir müssen auf ihn gehen, weil auf Crazer kommen wir nicht mehr. Wir haben uns das Feld zu voll gebombt. Aber ich glaube der sollte auch reichen. Da kann irgendwas aktivieren oder was? Oh nein, jetzt kommt Spielkraft. Er wollte gerade einfach zerstören, ist ja dumm. Und schön mit Null noch angreifen, wegen der Demütigung. Dicke. Ja. Das erste Duell scheint ein Win zu sein, I guess. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Hat mir auf jeden Fall gefallen, Boys and Girls. Das erste Duell war wild, man. Da muss ich erstmal nochmal hier seine Dings durchlesen, alle was für Karten er hat. Und so. Kann ich durchschlagen? Schaden. Er hat einfach aufgegeben. Ja. Ist klar. Schade. Ja. ping so. ster